So erstellen Sie eine Form durch einfaches Klicken. Im Register Start sehen Sie hier eine kleine Auswahl der Formen. Ein Klick auf dieses Symbol zeigt den Rest. Klicken Sie zuerst auf die gewünschte Form und danach auf die Folie. PowerPoint entscheidet selbstständig über die Größe der Form. Wenn Sie die Größe der Form selbst festlegen möchten, gehen Sie so vor. Wählen Sie wie gehabt die Form durch Anklicken aus. Aber statt des Klicks an der Zielposition, ziehen Sie diesmal mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen. Sobald Sie die Maustaste loslassen, sehen Sie das Ergebnis.